auf gates burm und madl zu einer neuen runden blick ups 4 ja offenbar ist mein account verpackt weil ich also ich kann die waffe nicht mehr mit visier spielen wenn ich zwei aufsätze drauf habe es geht nicht schön ich habe nämlich gestern nach der aufnahme noch die klasse zurückgesetzt auf standard habt ihr wieder ganz normal eingestellt ich mache direkt ein headshot und schießt direkt daneben sehr gut also wenn mir irgendjemand sagen kann was das ist warum ich kein bisschen auf die waffe machen kann dann treffe ich nicht dass das einsatzbereit ich höre so ein scheiß auto ist unser habe ich aufgehört zu schienen der war dann im nebenraum ich habe aufgehört zu schießen und stattdessen auf messer platziert sehr hochgelaufen ich glaube nicht kann aber gut sein direkt der abschließt in oben da ist noch eine achtung das noch eine er soll ruhig kommen da ist der städter und ja jetzt hätte ich meine nade runter geschmissen ich habe dir das gesagt der stand ist da ganz lange genau in dem moment wo ich runter lauf ja egal ist okay ist okay ich habe den geholt können kein problem und taktik einstieg taktik einstieg ein stärker minus 1 ja und stärke minus 1 ich sollte gerade machen dass ich sehe wo die gegner sind feindlich warum das hat ein headshot kassiert meine schüsse haben nicht gezählt oh nein erledigt der hat gerade nur überlebt weil er die 200 hat er hat 18 hp noch gehabt er war so down gewesen warum immer dann wenn ich da nicht wer sich dahin ich habe mich mal geguckt guck dahin nix guck ich bin die sekunden weg und wir haben noch mal getroffen ich habe ihn angehittet auf jeden fall ja der hund genau was war denn das jetzt ja da war irgendwas also ich weiß immer noch nicht was das ist und dann bist du irgendwie dauernd ich weiß nicht was es ist ja nicht es ist auf jeden fall noch da muss ich immer nach oben jetzt gehen wir oben rum warum treff ich gerade voll auf den drauf geschossen ja genau ich habe ich nicht auf den drauf geschossen ok ich verpiss mich ich habe ihn ja nur in den kopf geschossen hatte 10 hp und schießt die ganze zeit einfach so drauf so ja ich habe ihn nur in den kopf geschossen mache jetzt ein bisschen dampf jetzt aber sind die unten beim panzer nein von da komme ich doch gerade wirkungsfeuer ich habe mit meiner dinge einen abschuss gemacht weil keine gegner da sind ach so die sitzen da in der ecke und warten mh mh kein wunder dass man keinen findet ja mach auch kommen schon tutet ihn doch warum hä hat die ist auch ach so der war auch geblitzt geblitzt oh man ey schlecht 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 keine moni schluss auf der sonne aus dem finster na ja egal 4h4 habe ich nur noch crash ausgescheitert ja ja komm kollegen wir brauchen was so schneller nachlädt hoch das wollte ich gar nicht jetzt mache ich wieder keine steps über diese leistung reden wir noch na ja zu spät weiter am boden 1000 raus und sieht man hier bei der statistik jetzt nicht mehr wer alles das ganze gegner team ist noch drin ja und alle sind weg schön ich weiß nicht was ich für einen komischen bug in dem spiel habe ich verstehe es nicht schön schön jahren also wie viel habe ich jetzt hat das eigentlich gezählt es hat gezählt ja wie geil ist das zwei ausrüstung kaputt machen 67 volltreffer da kann ich den werfer endlich weg legen also nicht weglegen ich meine nicht mehr benutzen für irgendwas was man gar nicht machen sollte ich glaube für eine tarnung muss man glaube ich 50 kills mit dem raketenwerfer machen glaube ich kommt sowas wenn eine tarnung müsste 50 mehr spieler 100 oder 1000 oder 500 ich weiß gar nicht mehr in der zombie und 5 in blackout oder sowas der springwasserbrunnen gegenwasserbrunnen ja keine ahnung ja keine ahnung da geht los team deathmatch es liegt halt wirklich an dem griff aufsatz jetzt habe ich lasermarkiere aber bei mir geht es doch auch verstehe ich weiß es ja nicht ich habe die klasse gelöscht zurück auf standard zurückgesetzt das ändert nichts noch einer noch einer wer hat denn den vorteil haben wir haben die führung verloren schwach richtig schwach was die da spielen ich meine lasermarkiere gut naja so aus der hüfte gemeldet bringt nichts ich darf denn ich mag ernsthaft das ist das denn für eine tarnung ist das gold hat das gold natürlich hinter uns da war er schon tot jawohl ich habe einen gemessert ja klar der ist natürlich kommt natürlich von der seite wo ich nicht hingucke was wie habe ich das überlebt ich glaube ich glaube ich spiele wieder mp auf der map braucht man irgendwie mp habe ich so das gefühl hilf ein was passiert hier ich habe lütfung sick ohne aufsätze hilf ein wasser sind die gegner wieder schlecht ich habe gerade mal gut gespielt ich weiß nicht oh ist noch gut gespielt oh Gott guck bei mir passiert sowas der stellt sich da hin und wartet bis ich vorbeiläuf lächerlich einfach lächerlich achten achten ja und dann werde ich von der seite gepusht geil schön schön macht ihr das haben die da jetzt ernsthaft zwei die haben ja jetzt schon zwei dinge hingestellt natürlich ich habe den zauern getroffen anstatt die ma jo feindliche drohne kreist achso kommando ich will eine drohne über mir ja klar ein snipers natürlich im nahkampf immer besser als ein mp klar wer kennt es nicht feindlicher pfeil im einsatzgebiet entdeckt wie hieß der pfeil die ist doch im blick aufs 2 anders oder? wie hieß das nochmal? ich weiß nicht was das ist weiß nicht die hunter killer drohne oder irgend so was? ist das sowas? ja so ein pfeil den du schmeißt und dann fliegt die eigentlich beim Black Ops 2 ist die normal äh ohne ja klar ohne dass du halt was gemacht hast einfach nur so ein Papierflieger hier schmeißt du den Papierflieger und steuerst den dann ah ok mir im Black Ops 3 auch kommt da jetzt keiner toll jetzt hab ich den kann natürlich da runter ich hab meinen Revolver weißt du aber es passiert nix weil na da ist er weg ich hab mir auch mal dieses Ding gekönnt dieses yo 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 na klar yo dieses äh was hast du? Hardliner hab ich jetzt also dass man dass man die Punkteserien schneller kriegt hab ich mir jetzt mal einfach reingemacht weil ich mir gedacht hab du hast nie Punkteserien 6 killen machst du und dann musst du halt einfach mal dieses perk da rein und machst du halt nur 5 kills guck woher weiß er das? ich hab den durch die Wand gesehen der hat sich einfach umgedreht so naja ich dreh mich jetzt mal rum und guck ich muss halt näher ran weil ich die scheiße im Pip hab natürlich komm lasst mich leben bitte bringt ihn um ja 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 alles klar nee Ding geht grad nicht klar ich hätte rutschen sollen wir sind ihnen überlegen holt euch den Sieg wir haben den Vorteil verloren ach so da vorne war auch noch einer hä ich wurde gar nicht von hinten hä mir wurde angezeigt ich wurde von hinten abgeknallt deswegen hab ich ihn davon gut toll echt gut ja da spielt einer mit Gold MG gibt mir zwei hits ich bin down klar hm das 2 Hit MG man kennt es hinter uns yay verloren ich hatte schon mal bessere Laune aber knapp wieder aber knapp da guck mal ich hab's besser gemacht mal warum lässt du dir so viel Zeit zum heilen ey das war's beste das war's beste ich hab schon gestorben fast das war eigentlich noch noch schlimmer 50 yeah hey so der Werfer ist jetzt äh fertig wie sieht denn das aus ja ich muss nur noch vier direkte Treffer machen was für'n scheiß was für'n scheiß was für'n scheiß dass ich keinen Griff an der Waffe benutzen darf ja aber ich gab's doch hier ich hab die Waffe ICR mit Reflex, Griff und Vollmantel geschossen da wird das Reflex angezeigt ich weiß nicht was du hast ach so ich kann die Waffe auch äh jetzt kann ich nicht mehr ich wollte Prestige drücken ich wollte Prestige drücken es geht nicht es war die Map wo wir nie gespielt hatten mh jetzt haben wir schon so ein dritten Mal gespielt ja nehm ich wieder die die ist gut battery meldet sich zum Dienst in der Klasse 2 war ich mit der ja ja mach ich aber wohl wohl so tic tac bam oh da fehlt'n Flugzeug haltet euch nicht mit Schaden zurück Griff und Vollmantel geschossen hab' ich jetzt auch drauf du musst mal Griff und schnell ziehen drauf machen also bei mir geht's jetzt ja mit den Aufsätzen aber mit dann hinter mir ich wollte grad sagen hab' ich dem Headshot gegeben da waren zwei wie soll ich'n die wie soll ich die killen das geht doch gar nicht das sollst du ja auch nicht ja aber muss man ja irgendwie ja Mann oh das ist Dark Matter hier ach so das war Dark Matter ich hab' die Drohne gehört ja ach so stimmt ich kann mich jetzt nicht mehr so oft halten wie früher weil ich das weil ich das extra nicht mehr hab ja das ist aber wirklich maximale Munition ja das ist aber wirklich maximale Munition ja das ist aber wirklich maximale Munition weiß ich nicht wie viel Schluss das Sturmpaket ist da ich weiß es auch nicht ich glaub' so da waren warum sind denn immer dann noch mehr fünf Magaziner hast du auch frisst aber hier steht Plus Kevin Plus da hast du 5 Plus hm ich weiß es nicht keine Ahnung Mann oh in dem G ist weiß ich nicht kannst du irgendwie nix machen der Taktikeinstieg geht online ach da ist noch einer ich weiß grad nicht woher die Leute kommen deswegen er läuft an mir vorbei weißt du der Taktikeinstiegsmarker wird verwendet da sind noch mehr da sind noch unser Taktikeinstiegsmarker ist offline ach so ach so ich pre-fire den aber nö ja Infanterie ausgeschaltet wieso sind die dann hinter mir wegen des MG kannst du nix machen und wieso sind die dann hinter mir ich wusste dass der da ist ich hab vor den angefangen zu schießen der ist nicht gestorben ja weil der dich mit zwei Schüssen direkt tötet der Supermarkt hat geöffnet der Supermarkt hat geöffnet feindliche Drohne über uns Königsmörder ma ich bin dir nervt weg da weg da weg da weg da weg da nicht mit mir ich hab'n mal erledigt was das denn ich hab'n erledigt sind die jetzt im G da oben ähm ok der ist gerade hochgesprungen die Leiche ist so hochgeflogen ja ging es ja nicht guck mal wie unfair das ist ich hol den Typen jedes Mal bis auf einen Hit und den kann ich ihm nicht geben weil es seine Waffe einfach mehr Damage macht bloß weil die Diamant ist jetzt besagen was du willst ich mein klar der Typ zielt gut aber trotzdem warum macht seine Waffe dadurch mehr Schaden da oben wie trifft den ja genauso wie kann er denn bitte durch festen Stein ein Abschuss durch festen Stein einer weniger oh guck der taketet mich mit drei Treffern und ich bin weg hab ich gar nicht gesehen Kriegsmaschine geladen und entsichert lege los der Supermarkt hat geöffnet der Supermarkt hat geöffnet ja hinter mir wieder geil richtig geil der ist natürlich nicht gestorben oder doch er ist gestorben ne ne hä hä wollen wir mal sind egal ne ich hab die die fertig ach so ja hm alles klar Speckheim Speckheim ein AP klar mal von von Oh, gut. Feind gesichtet. Ja. Crash ausgespielt. Verpiss dich doch, du dreckig Autor, Alter. Oben, 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 oben. Ach, da kommt er, kommt. Ja, da kann ich nichts machen. Unterm Strich war das nichts. Naja. Oh, ich bin langer Ruf. Alles klar. Na gut, ja. Gut, ne. Unfair. Ich habe einen scheiß Lama bekommen. Ja. Ich weiß, wir sind fertig. Oh, mit der Folge. Deswegen... Bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Bestraue. Ich habe meine Fehler auf dem Kopf. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ja. guh. Geben, wenn du kannst alles. Vielen Dank.